Ja, mach mal Simulation. So, mal unter Live-Bedingungen, ja, wir haben zwar ein schönes neues Video. Genau, also kannst du die Summe sehen. Dann kannst du die Summulation abbrechen und mal schneiden. Dann kannst du die Summe sehen. 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 Du kannst eigentlich steigend so verarbeiten, das sieht super. Kannst nochmal wenden. Hammer. Sehr schön. Okay, Alex, cool. Tschüss.